Vorreiter war sicherlich Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway. Das hat uns sehr gut gefallen, dass er auch die Ecke schätzt natürlich und auch in ähnliche Unternehmen investiert wie wir. Trotz vielfältiger Krisen halten sich die westlichen Aktienmärkte aktuell noch gut. Ganz anders sieht es in der Region Asien-Pazifik aus, denn diese hinkt nach einer sehr guten Entwicklung in 2020, den Märkten in den USA und Europa hinterher. Heute spreche ich mit Christoph Schmidbauer von der Fond der Heid Vermögensverwaltung. Du bist ja auch Fondsberater des Ovid Asia Pacific Infrastructure Equity Fonds. Schön, dass du heute dabei bist. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Gerne. Was sind denn die Gründe dafür, dass die Region Asien-Pazifik aktuell so hinterherhängt? Also generell haben wir natürlich die bekannten Gründe erstmal. Den verspäteten Start Chinas Wirtschaft nach dem Lockdown, der relativ ungeordnet verlief und dann auch relativ chaotisch sich zeigte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt erst zuletzt hinzubekommen die geopolitischen Spannungen, die nochmal die Machtblöcke ganz deutlich hervorgehoben hat, die unterschiedlichen Interessen zwischen China und den USA, Russland, irgendwo dazwischen natürlich, mehr bei China. Und auch viele asiatische Länder haben sich in dem Konflikt momentan gar nicht so klar positioniert. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, momentan leben natürlich die europäischen, noch stärker die amerikanischen Märkte davon, dass es die Perspektive einer Zinssenkung gibt, was natürlich gerade die zinssensiblen Aktien aus dem Tech-Sektor vorantreibt. Und es ist im Grunde genommen mehr eine relative Bewegung, als dass es eine Bewegung ist, wo man sagen muss, Asien per se ist jetzt ein unattraktiver Markt. Was muss denn passieren, damit die Region Asien-Pazifik zum Outperformer wird? Ist ein Wendepunkt in Sicht? Wir glauben ja, aus unserer Warte sehen wir die ersten kleinen Zinsschritte der chinesischen Nationalbank mittlerweile. Wir haben Zinssenkungen von zehn Basispunkten, das ist nicht viel. Und da ist unwahrscheinlich viel Potenzial dabei, weil Inflation ist überhaupt kein Thema für China. Ganz im Gegenteil, momentan haben wir eher sinkende Preise, gerade auf der Seite der Erzeuger. Dann haben wir natürlich auch den Umstand, dass ich glaube, die Welt einfach neu orientieren muss und auch daran gewöhnen muss, dass solche Spannungsfelder, die im Grunde genommen schon immer da waren, ich rede jetzt von China und USA, vorhanden sind. Und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, was viele befürchten, dass USA und China sich vollkommen voneinander entkoppeln, weil das wäre im Grunde genommen der ökonomische Selbstmord für beide Parteien. Wir hätten einen enormen Inflationsanstieg hier in Europa, in den USA, wenn das passieren würde, weil China als günstiger Lieferant beispielsweise ausfällt. Du sprichst viel über China. Ist China dann wirklich der Treiber für die Region Asien-Pazifik? Nein, also ganz und gar nicht. Also wir haben ungefähr vier Themen, die wir auch in unserem Fonds allokieren. Das eine Thema ist sicherlich, dass ohne die ganze Region Asien-Pazifik die globale Energiewende nicht funktionieren wird. Man schaut nach Australien als Lithium-Lieferant. Man schaut als Indonesien als einer der größten Nickel-Produzenten weltweit. Und dann kommt wieder China ins Spiel. China mit einem Anteil von nahezu 90 Prozent am Silizium für Photovoltaik und als Führer in dem Thema Solarzellen. Das ist ein ganz zentrales Thema, das wir sehr langfristig sehen. Damit verbunden sehen wir auch Japan. Japan hat sehr viele Substanzwerte, gerade im Bereich Maschinenbau. Wir denken dabei auch an Kraftwerke. Wir denken auch an den Bau von neuer Infrastruktur. Da komme ich gleich noch drauf, warum die notwendig sein wird in der Region. Auch da sehen wir enormes Potenzial. Dann sehen wir noch die RCEP-Abkommen, das große Handelsabkommen in der Region. Man muss sich so vorstellen, dass bisher die Infrastruktur in Asien, wenn es um den globalen Handel ging, vor allen Dingen auf die Achse USA Europa ausgerichtet wurde. Und der Handel zwischen den einzelnen Nationen, vor allen Dingen wegen hoher Zoll und anderen Handelsbeschränkungen, eigentlich gar nicht wirklich so funktionierte, wie er idealerweise zum Beispiel in der EU funktioniert. Und dadurch, dass diese Handelsbarrieren entfernt sind, sehen wir da ein enormes Potenzial, das zwischen den Staaten Handel entsteht. Und dazu bedarf es ebenfalls Infrastruktur an der Stelle. Wir haben da eine ganze Menge an Ideen und Potenzial. Man muss auch sehen, dass die Bewertungen mittlerweile sehr günstig geworden sind. Sodass, wenn wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte Normalisierung sehen, auch einen geldpolitischen Impuls in China natürlich, dass da deutlich mehr an Fahrt reinkommen sollte. Habt ihr dementsprechend auch die Themen, die Schwerpunkte des Fonds anders gesetzt? Wir haben im Grunde genommen diese Themen, die ich genannt habe, schon lange in dem Portfolio drin. Wir haben Japan stärker gewichtet in jüngster Zeit, weil wir erkennen, dass andere Marktteilnehmer Japan wieder für sich entdecken. Vorreiter war sicherlich Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway. Das hat uns sehr gut gefallen, dass er auch die Ecke schätzt natürlich und auch in ähnliche Unternehmen investiert wie wir. Das Energiethema haben wir ganz klar in den Portfolien, sowohl mit einer sehr stark regionalen Ausrichtung, also sprich Versorger in den einzelnen Ländern, die bei den Erneuerbaren aktiv sind, aber auch bei den Enablern, wie wir sie nennen, also diejenigen, die im Grunde genommen Solarzellen, Windkraft, elektrische Umspannwerke, Smart Grid ist da eines der großen Stichworte bei und das haben wir alles im Portfolio drin. Also wir decken da die gesamte Wertschöpfungskette ab und wir sind dann auch bei so langsamen, langweiligen Dingen dabei, wie Zement, den man einfach braucht, um das alles zu bauen. Besonders von der Energiewende wird man ja dort im Asien-Pazifik-Raum profitieren. Vielleicht noch abschließend zu deinem Portfolio und wie ihr euch unterscheidet von der Konkurrenz. Wo sind dort die größten Unterschiede? Wenn man heute Asien kauft als Portfolio oder Asien-Pazifik, dann hat man ganz andere Sektorenschwerpunkte. Was man dort findet, ist klassischerweise den ganzen Finanzsektor, vor allen Dingen Banken, weil sie natürlich ein wichtiger Enabler sind in dem Sinne, dass sie eben halt die ganze Finanzierung vorantreiben. Wir haben Konsum und zum gewissen Teil auch Tech. Für uns ist es wichtig, dass wir im Grunde genommen den Teil abbilden, der sich in diesen Portfolios nicht findet, der aber ganz elementar für die Region ist und wo wir glauben, dass in Zukunft das stärkere Wachstum sein wird, eben wie erwähnt Infrastruktur, Wachstum in der Region, erneuerbare Energien oder auch das Thema Indien, das auch verstärkt kommt, durch die dort Initiativen den Industriestandort zu stärken und dort Teile dessen, was in China gefertigt wird, nun abzuzweigen und die Fertigung nach Indien zu verlegen. Danke dir für die Einblicke, Christoph. Dankeschön auch. Dankeschön. 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 Dankeschön.